In der Etappe von 111 Meter, 6 Leute waren in der Spitz und in der Gerätschappie waren so gut und André Greipel, der Huffangreinke dabei, an 141 Sportmatschen im Zug hier abzudrehen, auf den letzten 150 Meter, als der Rondon von Torres angefangen hat, an den deutschen Champion, heute gewonnen, André Greipel, der Wanker von der Etappe. Dommat, ein Doppel-Winkler schon am Skoda-Tour 2015. An Skoda, die Charmant-Dammeln kommen dann weiter hier ab, für Blumen-Severation an den Trophäen. An der Kier, Räumenke, der Böllo für André Greipel, für Lotto-Soudal, Döbbel-Wanker am Skoda-Tour. Nur der erste Etappe, heute noch die dritte Etappe, hier gewonnen, der Führer für Lotto-Soudal. André Greipel, Wanker, Dettappen. Ah ja, trinkt sie heute Abend, ja. Den André Greipel, bravo. Vielen Dank, danke. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, der Junkke-Belsche-Führer auf dem Podium. Den Oliver Nessen von Top Sport Flandern. Den Herr Michels von Kreos, den Team de Mayo, und als Major-June, de Major Blanc Kreos. und Major, der ja den Ende der Schläger pro Mal am 2. France gewonnen hat. Die Schamann-Dammen feliciterenden Oliver Nesen, die nächste Jahr Top-Kompetition gewonnen hat an der Welt. Oliver Nesen von Topsport-Blandern. Applaus Merci Olivier, tu reviens encore une fois. Merci. Merci Herr Michels von Creos und da geht der Führung mit dem Bischpreisklassement und da außerdem den Herr Mich Pache von den Bindsfelder Bindner, die ihn auf dem Podium können mit charmanten Hostessen und da rufen wir dann den kolumbianischen Führer Fabio Duarte. Applaus Sind Sie Jungs von Columbia da? Den Führer von Columbia, den er sagt wahrscheinlich, da waren Bussen, da waren Nergängen. Sie hatten vielleicht Rodolfo Torres geführt. Muss man gucken, wo die Jungs drin ist. So fahren wir vier und mit der Ceremonie und dann holen wir den Dodo. In der Fall, den Rodolfo Torres, der war hei, den hat die Döge-Kritte Majo und da waren wir fünf Punkte haben drin. Ich kriege koffie mit ihm, das ist ein NRW-as. Ja, und dann haben wir einen Pippi zu machen, ja, das ist leider auch so. Und das müsste dann kontrollieren. So, Herr Pache, von dem Moment gibt man der charmante Jopfer, dann werden wir den Lotterie Nationale dann, vier Punkte Klassement. und vielenmals Merci, da können wir zweimal rumkommen. Ja, dann den Herr Steve Korb, von der Lotterie Nationale, mit der charmante Madame, und da ruft man auf, den, äh, den, äh, Lieder am Punkteklassement, hier in Lohmannsingen. Zwei Witte waren vierzig Punkte, da ist ganz klar, da in der Spitze, und dann ist der andere Greipel für Lotto Südal. Applaus Der Steve Korb, der den Weidekeier, dem Andring Reipel, den Trikot-Hund, besten am Punkteklassement, zwei Witte waren, zweimal zwanzig, letztes Jahr hat er auch die letzte Etappe gewonnen. Andring Reipel, Lieder am Punkteklassement, am Major Bleu für die Lotterie Nationale. Andring Reipel, Andring Reipel, jetzt hast du zweimal gewonnen, letztes Jahr war ja auch die letzte Etappe, wo du gewonnen hast, äh, du bist jetzt richtig im Fahren. Ja, ich denke, wir haben heute Glück gehabt, äh, aber ich wollte noch mal sagen, heute hat unser Teamkollege Jürgen Rollands, äh, sein erstes Kind bekommen, äh, Arthur. So, äh, äh, ich denke,